Jeder sagt mir, dass ich ein Architekt werden soll, aber es gibt nur so viel, was du tun kannst, wenn du so lange warst, wie ich habe. All ich will ist, mein eigenes Leben zu leben. Ist es so falsch für mich, meinen eigenen Weg zu suchen? Ich kann nicht ein Architekt werden. Da sind bestimmt wieder ein paar wichtige Hinweise drin. Das erste Buch hat uns ja auch schon geholfen. Diesmal wenden wir uns dem sogenannten Phantom-Schatzschiff zu, dessen geisterhafte Einlauf im Hafen von Saronia stets für große Aufruhr sorgt. Unsere Recherchen nach soll das Deck mit Gold überzogen sein und der Frachtraum vor Schätzen nur so überquillen. Es gab nur einen Weg der Wahrheit, auf den Grund zu gehen. Und so stachen wir in den See, um dieses Schiff unserer Träume zu finden. Doch dann verriet uns ein Fischer etwas Ungeheuerliches. Tatsächlich soll noch niemand das Schatzschiff jemals draußen auf See gesehen haben. Und wo wurde es dann gesehen? fragten wir ungeduldig. Auf unsere Frage hat der Fischer eine überraschende Antwort. Wann immer das Schatzschiff repariert oder gewartet werden muss, legt es sich hier in Saronia am Hafen an. Alle Augenzeugen sagten gleichermaßen aus, Glockenläuten gehörten dazu. Man versuchte das Schiff mit Glockenläuten anzulocken, doch ohne Erfolg. Nachdem wir dem Fischer für die wertvolle Information gedankt haben, sortierten wir die Fakten. Zunächst einmal scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Glockenläuten und dem Auftauchen des Schiffes zu geben. Doch will des Glockenläuten alleine lockt das Schiff offensichtlich nicht an. Ob es vielleicht einen bestimmten Rhythmus gibt? Warf Vetch plötzlich ein? Großer Goblin, damit könnte er doch glatt Recht haben. Daher kam das Schiff also nicht. Wir kannten den richtigen Rhythmus nicht. Falls derjenige, der die Glocken läutet, in Saronia lebt, könnte sich irgendwo in der Hafenstadt einen Hinweis verstecken. Wir gingen der Sache also mit neuen Elan nach. Okay, es gibt hier also irgendein Geldschiff, was ganz viel Geld gibt. Das müssen wir natürlich auch noch finden. Ja, aber das Problem ist, weil wenn er dann M ist, dann können wir halt hier Babymorph nicht mehr haben, weil der ist ja M. Oder Demetrilriesen oder so. Ich hätte ja auch gern Demetrilriesen dazu, weil der ist ja auch schön stark. Ja. Ich finde mein Stapel, so wie er ist, eigentlich gerade ganz cool. Aber ich hätte halt... Ja, man will so viel, aber geht so wenig. Das ist gemein. Vielleicht müssen wir warten, bis der L ist. Um das hinzubekommen. Ist noch was hier unten im Hafen? Ne. Hey. Das war unsere Hauptinformation. Das war's. Ich weiß nicht, aus dem Sound, sie haben wohl schon mit der Federation zusammengebracht. Ich glaube, jetzt bin ich zu sehen, was Prinzessin Sarah hat gesagt. Na jetzt. Warum können wir nicht sehen, wenn wir mit dem Thane reden reden, über die Liga von S? Ich vermutlich verließe meine息ung, aber versuchen, was du hier gesagt hast. Ähm, sicher. Ja, werden wir gleich machen. Langsam, wie man sieht. Zu den Hafen dürfen wir nicht. Wir müssen unbedingt diesen Glockenrhythmus finden. Ich will wissen, was das für ein Schatzschiff ist. Huch. Da ist ja wieder unsere Freundin. Huch. Da ist ja wieder unsere Freundin. Ich habe sie bereits gesagt, dass der Thane mein Papa ist. Ich bin nicht bereit, zu sprechen mit meinem eigenen Blut und Blut? Ich weiß nicht, wer du sein soll, weil du ihn nicht gesehen hast. Mann, was? Also, du siehst, Herr. Wir sind hier, um die Thane zu treffen. Im Namen von Prinzessin Sarah von Cornelia. Schau mal für dich selbst. Das ist die Corneliensteil. Was jetzt? Ich erwähnte besser von dir. Insofern, dass du praktisch unsere Freundinnen bist. Ja, du sagst ihn, Rain. Cornelia hat einen Geist für die Emissionen? Sie haben eine Art Royal Cornelia mit ihnen. Was? Du bist sicher? Das macht mich. Du gehst ihn packen und fange den Risiken? Entschuldigung hier. Ich werde mit seiner Thane schauen. Der Thane sagt, er wird dich sehen. Wir gehen, Rethia. Huh? Hey. Die Frau bleibt hier. Rethia ist Teil unserer Entourage. Das ist richtig. Sie hat uns nur antecediert. Was? Toodaloo. Danke, Leute. Sie sind immer da für mich. Kein Problem. Ja, ich meine. Es war nicht ein Lied. Wir waren alle in die gleiche Richtung. Oh Mann, das gefällt mir nicht. Oh Mann, das gefällt mir nicht. Ich höre, dass die Federation endlich verabschiede und einfach sie verabschiede. Sie sagen, dass die Invasion nicht verabschied hat? Hm? Sie sind hier für meine Hilfe? Ja. Sie haben versucht zu verabschieden, aber für den Momenten... Sie sind hier? Sie sind hier. Wo ist der Herr Taka? Ha, ha, ha. Es ist mehr als Tod. Es muss ein Destin sein. Wie kann ich nicht zu erinnern? Das Antwort ist das. Er ist derjenige, der hier auf die Grundlage gespeichert hat. Sie sind hier. Verdammt! Wann haben wir das letzte Mal gespeichert? Da war kein Speicherplatz! Ah, Panik! Die Veränderung ist das, was ihr zwei macht. Also, ist er ein Bahamushischer Soldat? Na ja, er ist nichts wie diejenigen, die wir so weit verabschieden haben. Beide auf! Einfach mal Analyse. Komm. Kriegen wir hin. Passt schon. Vielleicht ist es wichtig. Ja, vielleicht war es jetzt auch einfach für den Arsch gewesen. Man weiß es nicht so genau. Na gut, viel Damage macht er nicht jetzt. Der haut jetzt nicht gerade die Wurst vom Teller. Nochmal Angriff. Ja, ja, quatsch mich mal voll da hinten. Ich schlag dich gerade zusammen, Junge. Ich schlag sie gleich noch ein. In der Zeit laden wir unsere AP wieder auf. Damit wir gleich unsere Super-Duper-Attacken machen können. Und zwar jetzt. Könnten ja wieder Schlinge machen, ne? Na gut, so viel mehr Damage macht's auch nicht. Ich geb's zu, es macht nicht so viel mehr Damage. So, was macht dein Horn jetzt? Macht das viel Damage? Macht mehr Damage, alles klar. Müssen wir ja herausfinden. Der ist zum Glück nicht so stark. Turmbrecher. Aua. Das tat's fucking weh, mein Freund. Bevor er das nochmal macht. Muss nicht sein. Da verprügeln wir sie lieber so. Da verprügel ich den lieber so. Ehrlich gesagt. Hatten wir ja den Hinweis bekommen, dass es Serapien gibt, die sowas können. Leider sterben sie jetzt hier gerade alle. Hm. Sollen wir uns stapeln? Und dann warten, bis wir tot sind, um uns wieder zu beleben? Wäre, glaub ich, gar nicht mal so doof. Wäre, glaub ich, gar nicht mal so doof. Wir greifen jetzt erstmal ein bisschen an. Jeder darf mal. Jeder darf mal. Jeder darf mal. Können natürlich jetzt auch Vita machen. Machen wir mal Feuer. Mal sehen, wie viel Damage das macht. Glaub nicht sehr viel. Warte, du hast doch Horn. Horn. Gut. Das gefällt ihnen. Jaja, von mir aus expectest du das besser. Mach nix. Haha. Falschen angegriffen. Lassen wir ihn mal wieder hier. Schön. Er müsste gleich tot sein. Boah, daneben. Ich glaub's nicht. Ich verwende gleich die Phönixfeder. Ganz ehrlich. Wir sterben ja eh nicht. Verwenden wir die Phönixfeder. Ja komm. Ist doch. Ist doch Wumpe. Wir haben doch genügend. So, Phönixfeder. Äh. Hallo Fabre. Fabre. Äh. Stapel. Komm mal da. Yolo Stapel, ey. Yolo. Er ist sowieso gleich tot. Doppelstoß. Quasi jetzt. Ah, noch nicht. Aber jetzt. Jetzt setzen wir Horn ein und jetzt ist er weg. Zack. Erledigt. All right. Sehr gut. Sehr viele Level-ups. Ich seh es. Sehr schön. Sehr schön. Gefällt mir. Gefällt mir. Mega Phönix. Alma-Kristalle. Könnten wir eigentlich nochmal wieder hinschauen. Das nächste Mal, ne? Vielleicht gibt's da wieder was Neues. Der Ripper. Der Ripper. Ritter mit der goldenen Maske. You are a fool. To so much as an choir. An imbecile beyond belief. To let a medium to champion hot fire. Uh. Okay. That's not good. Away from death. Away from life they stay. Contain them all you'll be ah. Schneel Die Gäste würden uns beschädigen. Ist das ein Signum, dass wir nicht durchschädigt werden? Dass es kein Weg zu wissen, dass die Pfeifen existiert? Das war zu nahe. Sherlotta, danke. Huh? Ich wusste, dass du dich selbst in Probleme bekommst. Und du hast mich richtig gewusst. Was hast du diesen schrecklichen Schreck? Du bist der schreckliche hier. Unglaublich. Würdest du es einfach aufstehen? Dann schau dir einen anderen Blick in die Stadt. Was ist das? Huh? Ist das aus dem Meer? Wie? Das ist mir! Ich will die Zeit. Hey! Redia! Du solltest du auch haben. Du solltest du auch aufstehen? Du solltest du auch aufstehen. 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 Ich versuchte sie, dass du deine Botschaft verabschiedst. Du solltest du auch aufstehen? Du solltest du auch aufstehen? Danke! Du solltest du auch aufstehen. 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 Aufstehen! Hey, Sherlotta. Danke, dass du in die Hilfe geholfen hast. Natürlich. Habt ihr in die Hilfe geholfen? Ich glaube nicht, dass du es mit mir geholfen hast. Oder auf meinem Haar. Oh! Also? Das war wirklich du. Ich hoffe, dass du es vergessen hast. Du hast ein paar magische Monokel erhalten. Refhas Helden Emblem wurde freigeschaltet. Jo, das machen wir gleich erstmal. Ja, ich möchte speichern. Also ist, wie schon vermutet, die Föderation bzw. die Bahamut Armee irgendetwas ganz Übles, weil sie ja scheinbar die Städte eingenommen hat und irgendwas kommt von Himmel. Da diese Ketten, die wir ja gesehen haben, sehen wir die jetzt eigentlich auch? Ne, ne? Ich sollte die Stadtbewohner Sironia nach einem Boot fragen. Ja, später. Wir müssen jetzt erstmal speichern. Sprich... Ach ne, wir haben gespeichert. Da wollte ich jetzt noch gar nicht hoch. Erstmal ganz kurz zurück in die Stadt. Gott sei Dank müssen wir nicht gegen den Ritter kämpfen. Und Gott sei Dank... Chapter 8. Buccaneer Blues. Hat uns eine Katze geholfen. Also, wir sehen. Reppi hat gesagt, eine Boote an den Docken zu holen und zu den hohen Städten zu holen. Ja, es sieht aus, als ob hier mehrere Boote verleihen. Und ich will trotzdem immer noch... Kurz zurück. Ja. Ähm, ich will trotzdem immer noch die... Ne, weißt du? Weißt du Bescheid? Kurz heilen. Äh, diese Glockenklänge für dieses magische Schatzschiff da, was da scheinbar ab und zu mal auftauchen wird. Müssen wir irgendwie noch herausfinden. Hoffentlich finden wir das irgendwo am Hafen. Ansonsten wirklich nochmal mit allen reden. Vielleicht hilft das. Jetzt betreten wir aber erstmal das Zimmer des namenlosen Mädchens. Kurz heilen.